Hallo, heute möchte ich über Wallboxen reden. Der Wallbox-Markt ist stark dynamisch ansteigend. Die Gründe hierfür sind zum einen die Förderung der Wallbox, zum anderen die Förderung von Elektroautos und dass immer mehr schicke Elektroautos auf den Markt kommen. Wir sprechen über den Hersteller Mannekes, der Erfinder des Typ 2 Steckers. Dank deren Vorreiterrolle kommen viele Innovationen auf den Markt, wie zum Beispiel das Produkt Amtron Professional. Hier möchte ich gerne auf vier Vorteile eingehen. Zum ersten den RFID-Reader, über den die Ladekarte des Autos, den Benutzer identifiziert wird und eine Abrechnung realisiert werden kann. Zum anderen die Eichrechtskonformität. Damit ist man gewappnet, der Kunde ist gewappnet für gegebene gesetzliche Änderungen, die kommen könnten. Des Weiteren die Vernetzbarkeit. Mit bis zu 100 Ladepunkten kann ein dynamisches Lastmanagement dargestellt werden. Und nicht zuletzt, mit dem nächsten Software-Update kommt auch das solare Laden wieder zurück in den Professional. Und dann kann man mit dem bekannten Sunny Home Manager zum Beispiel die Energie der Sonne in das Auto reintanken. Wir haben die Wallbox bei uns auf Lager. Sie ist im Webshop und wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an unseren Vertrieb oder an uns in der Technik wenden. Vielen Dank.